Die Adresse vom Tattoo-Studio. Geben wir immer Peace für die Story. Während wir in Mexiko am Abgammeln sind. Was geht ab, Leute? Kaja Erevelović hier am Start. Ich bin willkommen beim ersten Video-Spot. Amigo auch am Start. Was geht ab, Bruder? Alles gut bei dir? Da draußen könnt ihr schon ein bisschen was sehen. Hier ist der erste Video-Spot. Ich bin hier auf jeden Fall. Um ein paar wilde Sachen abzunehmen. Auf jeden Fall, Leute. Es ist wieder soweit. Ihr habt es auf meiner Instagram-Seite vielleicht gesehen. Ich habe die Kacheln von diesem Bild von meinem Daddy gelöscht. Weil ich einfach keine Lust habe, wenn ich irgendwas poste, dass dann einfach diese Kacheln sich verschieben und das Bild die ganze Zeit kaputt geht. Die Box ist ab jetzt zum Vorbestellen erhältlich. Auf Amazon, auf allen Plattformen. Ihr könnt die Box jetzt vorbestellen. Gibt richtig Gas. Ich habe nach Derdo-Derdo, nach Rebellismus, nach Bänger-Rebellieren, nach Revolution, nach Fata-Morgana, nach Abstand, nach Maximum, jetzt auf jeden Fall nicht ein Jahr, anderthalb Jahre Pause gemacht, damit ich irgendwie wieder mit irgendwas um die Ecke komme. Nein, ich habe das beste Album gemacht. Wirklich. Mit Abstand das beste Album. Noch eine kurze Info. Der Preis auf Amazon wird sich auf jeden Fall regulieren. Die machen das doch immer so, dass das erstmal voll überteuert anfängt und danach pendelt sich das ein. Also macht euch nicht verrückt. Ich habe gerade geguckt, er ist direkt auf Platz 1 eingestiegen. Dankeschön. Das ist genau da, wo es hingehört. Peace. 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 Untertitelung des ZDF, 2020